Wenn Sie das Wort Engel hören, woran denken Sie dann? Vielleicht an Flügel, an Rauscherhaar, Wesen aus einer anderen, aus der himmlischen Welt? Es gibt nicht wenige Menschen, auf die üben Engel eine unwahrscheinlich schöne Faszination aus. Ja, sie würden gerne mal einen solchen Engel treffen. Aber solche Engel müssen nicht nur vom Himmel kommen. Sie selber könnten ein solcher Engel sein, der das für andere Menschen tun kann, was mit Engeln in Verbindung gebracht wird, nämlich Gutes zu tun, hilfsbereit zu sein, Menschen zu helfen. Es gibt viele Menschen, die darauf warten, einen solchen Engel zu begegnen, weil zum Beispiel die Lebenshaltungskosten ins Unermessliche gestiegen sind, weil das Lebensnotwendigste fehlt, weil Eltern einfach noch nicht wissen, wie sie ihren Kindern auch in diesem Jahr zu Weihnachten etwas schenken können. Werden Sie zum Engel für solche Menschen. Sie würden für diese Menschen den Himmel auf Erden holen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.